Die Suche nach einem neuen Partner für Let's Dance-Star Ekaterina Leonova läuft auf Hochtouren. Im letzten Jahr sorgten neben Anna Amakova vor allem Ekaterina Leonova für Schlagzeilen rund um Let's Dance. Denn wieder einmal wurde der schönen Profi-Tänzerin eine neue Beziehung nachgesagt, und zwar mit ihrem damaligen Promitanz-Partner Timon Krause. Die Gerüchte waren für Leonova verletzend, wie sie am Rande der Let's Dance-Tour gegenüber RTL unter Tränen erklärte. Manchmal schreiben die Leute solche Sachen oder Kommentare, die wehtun. Dann liest du das und denkst, das bin ich nicht, so der Publikumsliebling. Sie habe es aufgegeben, sich gegen beleidigende Kommentare zu wehren. Leonova, du kannst dich nicht verteidigen, was willst du machen? Egal, was du sagst, du machst es nur schlimmer. Als Profi-Tänzerin spielt Ekaterina laut RTL auf der Bühne eine Rolle. Wie sie gegenüber dem Sender weiter betonte, wolle sie einen Freund, der sie so mag, wie sie morgens aufsteht, und nicht in High Heels, kurzen Kleidern und sexy geschminkt. Detlef Soest sucht einen Mann für Ekaterina Leonova. Das bestätigt nun auch Leonovas aktueller Tanzpartner Detlef Soest. Sie ist kein Männermordender Vampir, sie ist einfach ein herzlicher und liebevoller Mensch. Da sind wir uns sehr ähnlich, wir haben beide eine harte Schale und einen weichen Kern, stellte er gegenüber Bild klar. Inzwischen kenne er sie gut genug, um zu wissen, welchen Typ man sie mag, nämlich einen, mit dem sie in Jogginghose auf der Couch sitzen könnte. Das Tolle, Soest will Leonova verkuppeln. Wie er gegenüber Bild berichtete, habe er bereits ein paar geeignete Kandidaten an der Hand. Auch seine Frau Kate Hohl wünscht sich für Leonova endlich Glück in der Liebe. Sie verdient einfach so viel Glück in ihrem Leben, sie arbeitet so hart und ist so eine liebevolle Frau, so die Sängerin. Ekaterina Leonova spricht über ihre Gefühle, auch Leonova selbst hat mit der großen Tageszeitung über ihr Gefühls eben gesprochen. Wenn du eigentlich ein sehr sensibler Mensch bist, aber so eine lange Strecke in deinem Leben allein gehen musst, dann baust du irgendwann eine harte Schale auf, so die Tänzerin. Und weiter, alle denken immer, dass ich so stark, so hart oder ein sexy Vamp bin und jeden Mann um den Finger wickeln kann. Das ist aber alles nur eine optische Täuschung. Denn so bin ich gar nicht. Ich bin nicht so wie das Bild, das andere von mir haben, die sagen, ich hätte jeden Tag ein Date oder jede Woche einen neuen Mann. Dabei stimmt das alles gar nicht.